Moin Flaatzen, hier kommen wir zum neuen Video, wollen wir uns den neuen Trailer von EA Sports FC 24 angucken, mal sehen was gezeigt, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, bin gespannt, was uns da erwartet, gehen wir mal rein. Größte Ultimate Team dieses Jahr, krass, okay. Also wenn das diese Pack-Animation sein soll, krass, sieht ganz anders aus, ein bisschen anders aus, finde ich jetzt nicht schlecht, 90 Haarans, soll das dann bestätigt sein? Ja, Frauenfußball halt, ne? Ja, das soll ja das Geile sein, man hat es ja gerade gesehen, das war mit Mokoke, dass du dir einen Spieler holen kannst am Anfang und den kannst du richtig geil aufboosten, das ist irgendwie eine arme Stärke über das ganze Jahr gesehen, Aufgaben erfüllen, was ich irgendwie, in dem Zocken irgendwelche, was ich, bestimmte Sachen erfüllen, wie Tore schießen und dann wird er abgegradet, das kann richtig geil sein. Ja, mehr Weakfoot und sowas draufpacken und sowas, das ist richtig geil. Ja, so in Ultimate Team Evolutions, you're gonna be able to pick your favorite players and upgrade them throughout the year. It's pretty straightforward, all you have to do is pick your favorite players, complete objectives with them and then get their upgrades. Ja, richtig geil. Wow, das ist geil, schwacher Fuß-Upgraden, so dass your Club-Favorite stand out when you load into a match. Was ist das? Jetzt hat er schon 80. Das ist ja nicht richtig geil, weil man dann einfach seinen eigenen Spieler nehmen kann und den dann richtig hochboosten kann. Du hast irgendeinen Lieblingsspieler und den kannst du hochladen. Finde ich geil. Ja. Ja, operierst du hochladen? Du hast es. Das Ultimate Team-Dream ist, dass… offensichtlich dein Lieblingsspieler aus therein in ein Ultimate XI. Das heißt, diese wäre die größte Moore-Führer an den unsere Spielern. Wir haben immer wieder reinen Lauf man call! Es heißt, der Ultimate Team ist ja nicht. Wenn man mit deinen Lieblingsspieler schafft, damit es nicht wirklich eure Ultimate-Team ist. Also, dieses Jahr mit der Entwicklung mehr Leaguers und mit der Evolution besonders, wird man das Ultimation nicht richtig verletzt werden, und es wird nicht so als ich, dass niemand es ist. Okay. Neue Team Frauenfußball, das ist geil. Frauenfußball ist dann sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin auch gespannt. Das ist geil, das ist wieder geil, dass die Icon zu allem linken. Und dann natürlich ein Perfect Link, wenn jetzt zum Beispiel wie bei Hirsi Dunn, dann mit Mbappé, dann hast du Perfect Link. Das finde ich geil, weil jetzt sind die Icons noch wieder mehr wert. Das finde ich geil. Das sieht aus. Mhm. Geil. Interessant. Das könnte mal interessant sein. Sehr geil. Also mit den einen und dann den anderen. Cool. Fünf neue Ligen. Mhm. Das stimmt. Mit dem einen Spieler kann das richtig geil sein. Ja. Ach, das ist so lange genommen. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Okay. Mal gucken, wie sich das dann fällt. Ja. Ja. Okay. Das stimmt. Okay. 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 Einfach machen. Oh, das könnte geil sein. Das könnte hilfreich sein. Ja. Aha. 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 Ja. Man braucht keinen Positions-Change mehr. Man kann ihn sofort hinsetzen. Ich hoffe, das ist dann auch bei den Drafts so, weil das hat wirklich genervt. Beim Draftbau, er kann meinetwegen ZOM, aber er steht nur ZM, du kannst ihn da nicht hinstellen. Das war so nervig. Also da bin ich echt gespannt, ob die das auch ändern. Geil ist es auf jeden Fall. Das ist so gut. Ach, einfach die SBCs. Okay. Auch in Drafts. Okay. Geil. Auch in Drafts. Das finde ich gut. Geil. Dann sind die Drafts endlich wieder machbar. Das war so kacke. Es war ein Freude, über Ultimate Team mit den beiden von euch zu sprechen. Es fühlt sich ehrlich aus wie ein ganzes neue Spielmodus. Ultimate Team Evolution. Women's Football. Playstyles. Ich kann nicht warten, um zu beginnen. Danke, dass wir mit uns zu sprechen. Ja. Danke, dass wir uns zu haben, Lia. Das war ich, Lia Ravel. Und wir sehen uns wieder für mehr Deep Dives. Willkommen in den Club. Also halten wir mal fest. Die Neuerung ist, dass du einen Spieler weiterentwickeln kannst. Einen Wunschspieler von dir. Den du quasi mit irgendwelchen Aufgaben upgraden kannst. Wie mehr Weakfoot oder Spezialbewegung und Stärke. Das ist schon mal richtig geil. So kannst du einen Lieblingsspieler richtig selber hochboosten. Du hast ja nur einen. Was dann auch richtig geil ist. Es gibt mehr Liegen und sowas. Das ist ganz cool. Und vor allem dieser Positionsmodifikator brauchst du nicht mehr. Die Second Position, die er dann kann, wenn er jetzt ZM kann und ZM, geht automatisch. Und vor allem in den Drafts ist das so möglich. Das finde ich mega geil. Das macht die Drafts endlich wieder spielbar. Das war echt ein Krampf sonst. Du brauchst jetzt einen rechten Mittelfeldspieler. Hast nur rechts außen gekriegt. Also einen Flügelspieler oder sowas. Du konntest da keinen hinstellen. Das war echt nervig, dann auf volle Chemie zu kommen. Das war echt bitter. Das haben die geändert. Mega geil. Also da bin ich echt gespannt drauf, wie das Game wird. Also dieser Trailer war wieder mal sehr hilfreich. Es wurden viele Neuerungen dargestellt. Ich fand den Trailer sehr gut, was die gezeigt haben. Sind da auch ein bisschen eingegangen. Die Pack-Animationen fand ich auch irgendwie cool. Dass jetzt die zwei Besten angezeigt werden. Dass die Karte quasi geflippt wird. Also gedreht wird. Auch sehr nice. Da darf man gespannt sein, wenn das erste Mal, wenn man das dann macht. Wie es dann aussieht. Auf jeden Fall. Das Ganze, was sie bis jetzt gesagt haben, gefällt mir sehr, muss ich sagen. Und das war es dann auch schon wieder von diesem Trailer. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das findet. Mit dem Positionsmodifikator. Vor allem diesen einen Spieler hochzulevelen. Ob ihr das geil findet. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. In diesem Sinne bin ich auch raus. Euer Flazen. Euer Flazen. Ciao, ciao. 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 Ciao.